Herzlich willkommen zurück bei Entschrouded. So, wir sind hier stehen geblieben beim letzten Mal. Hier kann man auch nochmal reparieren, das ist sehr gut. Ich finde das sehr gut, dass man hier reparieren kann. Hier ist nix weiter. Jetzt gucken wir mal, wo hier noch Dudes sind. Ich vermute mal, dass hier noch ein paar mehr sind. Was ist das hier? Salben. Walter Sachschild jetzt bei uns zu Hause. Schutz vor dem Miasma Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen das Miasma müssen stets beachtet werden. Begebt euch nicht in Täler oder in die Nähe von Flussgebieten. Das Miasma wird euch überfluten. Vermeidet den Kontakt, atmet es nicht ein und schützt eure Augen. Nach Kontakt sofort mit zugelassenen Medikamenten behandeln und unter Quarantäne stellen. Bitte nehmt nur verschriebene Medikamente ein. Haltet euch vom Elixier fern. Seine langfristigen Auswirkungen sind unbekannt. Walter Sachschild. Das ist noch einer. Hier sehe ich auch noch ein Dude. Bisschen doof. Ich habe mich selber gestrochen. Ich, ich, Idiot. Ich will diese Bomben haben. Ich werde mich einfach nur mit Bomben ausrüsten. So. Und da unten war auch noch einer. Aber es ist völlig egal, ob da noch einer ist. Wo wollen wir eigentlich hin? Hier ist der Wegpunkt. Den können wir löschen. Bahntal. Haben wir entdeckt. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt einfach mal Richtung der anderen Geschichte. Und ich hoffe, dass wir dort, ja, wir holen uns jetzt erstmal die Bäuerin. Ich will die Bäuerin haben. Danach holen wir uns den Schreiner. Komm her. Schnuffi. Schnuffi. Wir müssen in diese Richtung. Warte mal. Wollte ich nicht noch so ein... Ach, warte mal. Ich wollte doch... Ich wollte doch noch so ein Dings holen. Ja, das... Das ist aber voll weit weg. Wollen wir auf den Rückweg. So, ich laufe jetzt erstmal zu der Bäuerin. Immer geradeaus. Mal gucken, ob wir überhaupt da irgendwie hochkommen oder so. Wir werden sehen. Da ist es, ne? Das sieht mir so aus. Distilsam ist wieder ein Ort. Die Fahntal. Hier auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Ist auch nochmal interessant. Refugium der Flamme. Okay, wahrscheinlich, wenn wir da hochgehen, dann haben wir auf der linken Seite das Refugium der Flamme noch. Ich würde schon gerne mit fünf solchen Dingern nach Hause kommen, um einfach die Zeit im Jasma auch zu erhöhen und uns einfach, unsere Attribute einfach zu erhöhen. Und darum geht's ja. So, hier ist bestimmt auch wieder nicht so einfach. Ich guck mal. 400 Meter ist das Refugium der Flamme entfernt. Hier komm ich nicht hoch. Mal gucken, was hier wieder auf uns wartet, ne? Krypto der Erbauer Neuerin. Hallo? Ist immer so krass mystisch hier, ne? Standort oben. Okay, ich laufe erst mal hoch. Da ist sie ja schon. Ah ja, okay, ich sehe. Ja, wir müssen das Ding erst mal öffnen. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich erst mal runter. Da war eine Treppe. Okay. Okay, ich sehe. Ich sehe. Die Spohnes zeige. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Oh, nein. Ich sehe. So. Ah. Shit. Kann man die deaktivieren? Ich werde mir wehtun. Oh, ich werde hier wiederbelebt? Ach, das ist ja geil. Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass man hier direkt wiederbelebt wird. Ich glaube, ich laufe mal andersrum, die Treppe. Könnte sein, dass da... Dass es da ein bisschen einfacher aussieht. Die Dinger sind ja übel. Warum werde ich denn da direkt geröstet? Okay. Da ist eine Tür. Wie komme ich da rüber? Von der anderen Seite offensichtlich. Da ist auch eine Truhe. Ach, shit. Hm, wir müssen irgendwie die Tür öffnen. Ich habe keinen Doppelsprung, by the way. Ich könnte hier runter erst mal. Hier rüber jumpen. Dann könnten wir zu dieser Tür, ne? Oh, so. Okay. Metallsternstreitkulpen. Das ist wieder so ein Zweihänderding. Oh. Nein, ist es nicht. Deswegen könnte ich hier setzen. Der hat 20er Schaden. Die Keule hat nur 17. Die Keule hat mehr Wucht. Aber das Ding ist auch sehr, 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 sehr cool. So. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. So. Und dann kann ich hier wieder raus. Okay. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich da nicht sterbe? Das ist jetzt so eine Sache, ne? Alter, wie soll ich denn hier... Wieso kann ich das nicht ausmachen, irgendwie? Oh, was ist das hier? Oh, was ist das hier? Ähm, aber... Wahrscheinlich hätte ich von da mich direkt hier hochruhen. Nee, hätte ich nicht. Wofür ist das hier? Hier ist kein weiterer Aufstieg. Ich sehe zumindest keinen. Irgendein Mechanismus, den ich aktivieren kann. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Das hier ist eine Todesfalle. Kann ich kriechen? Nein? Mm. Was ist das hier? Man muss auch nachdenken. Der Du.... Kann hier durchkriechen? Hier ist eine Tür. Hirte des Donners, schon wieder. Aber dieser Hirte des Donners ist um einiges besser als mein Hirte des Donners. Guck mal hier, 14er und da haben wir einen 20er. Dann werde ich den hier schon mal zerlegen. So. Sehr gut. Ich werde wieder kriechen. Ich glaube, wenn ich krieche, dann trifft er mich wirklich nicht. So, hier haben wir schon mal den Mechanismus. Okay. Also werde ich wahrscheinlich hier wieder belebt, wenn ich hier jetzt sterbe. Ich werde mal ein bisschen was abbauen, Leute. Wäre zu schade. Vielleicht haben wir irgendwo noch einen Heiltrank. Haben wir aber nicht. Nee, schade. Na gut. So. Sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr cool gemacht. Salz. Und nochmal ein bisschen Wasser. So, von hier kommen wir gerade. Nein. Ich wollte eigentlich mein Schwert haben. Ja. Die Tür ist jetzt offen. Nee. Auha. Wir brauchen drei von den Dingen. Drei von den Mechanismen. Wir brauchen drei von den... Ach du Scheiße. Ich habe ja schuldschwer irgendwas übersehen. Könnte ich wetten. Shit, wo geht es jetzt hier weiter? Muss ich jetzt hier wieder runter? Das glaube ich nicht. Nicht dein Ernst. Ah, wo sind denn noch diese Dinge? Hm, ja. Habe ich jetzt irgendeinen Weg übersehen? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich einen Weg übersehen habe. Und da kamen wir. Wie komme ich denn zurück? Wie komme ich denn zurück? Hier wieder? Nein. Muss ich denn hier wieder zurück? Das Ding habe ich aktiviert. Oh, die sehen auch aus. Ist ja vielleicht noch eine Tür oder sowas? Hier war ich. Ist ja sehr cool, dass das aus ist jetzt. Aber wir merken uns krieren. Äh, kriechen. Krieren. Einfach kriechen und dann sind wir da. Wie komme ich da hin? Ich muss irgendwie... Das verstehe ich nicht. Das muss doch hier eine Bewandtnis haben, Leute. Hier fehlt irgendwie so ein Nüppel, wo man sich hoch bauen kann. Aber hier ist nix. Ist hier unten irgendwas? Was? Au. Wohl nicht. Hm, komisch. Okay, dann geht auf jeden Fall... Es geht nochmal ein Stück höher. Wir müssen mal gucken, wie wir hochkommen. Es gibt noch einen anderen Weg nach oben. Oha, es ist Nacht. Ja, sehr gut. Habe ich hier irgendwas übersehen? Vielleicht müssen wir von außen irgendwie noch rein. Von außen irgendwie noch irgendwas aktivieren. Das kann ja auch sein. Jetzt habe ich... Muss ich da noch ein bisschen was machen? Ich gehe nochmal kurz auf die Seite. Wo wir ja schon waren. Aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Irgendeinen Nüppel. Hier ist bestimmt noch was. Könnte ich wetten. Ach, hier komme ich rüber. Aber sonst ist hier... Da oben ist auch noch so ein Teil. Alter, wie ich... Hallo, was war das denn jetzt gerade? Wie gemein. Wie gemein das einfach gerade war. Ich gucke lieber nochmal. Vielleicht ist hier irgendwo so ein Ding versteckt, was wir aktivieren müssen. Aber offensichtlich nicht. Ich sehe zumindest keins. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und jetzt bin ich wieder hier. Hier kann ich ja auch nicht porten. Das ist ja auch wieder mein Problem. Es könnte nämlich sein, dass hier vielleicht noch irgendwie was ist. Vielleicht. Weiß ich nicht genau. Könnte. Könnte sein. Ah ja, es wird gerade Tag. Gott sei Dank. Okay. Okay, ich gehe nochmal fresh rein. So, wir haben diese Option hier. Hier links und rechts haben wir... Das ist alles nicht so gut. Können wir hier noch irgendwas sehen? Alter. Warum sehe ich nichts? Von dort oben können wir uns dort drüber hangeln. Wie kommen wir denn da hoch? Frage ich mich. Wie kamen wir hier hoch? Wie war das? Hier auf jeden... Warte mal, hier ist doch... Was ist denn das für eine Treppe? Was ist denn das für eine Treppe? Ah, okay. Gut. Wie komme ich eine Station höher? Wie komme ich da rauf? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Das ist jetzt die Frage, Leute. Wie komme ich da rauf? So, ähm... Wie kam ich eigentlich nochmal... War das hier? Ich kann nur an einer Stelle weitergehen. Und da müssen wir jetzt nochmal hin. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war. Ich glaube, ja. Bin ich sicher? Wo war das mit dem Flammending? In der oberen Etage. War das hier? Ja, genau. Hier hinter, oder? Oder, oder, oder? Ja, hier war das, ne? Glaube ich. Ich glaube schon, ja. So, hier war, glaube ich, nichts weiter. Nochmal genau gucken, ne? Richtig. Also. Hier war das. Okay, hier muss es ja irgendwie weitergehen. Wir sind auf jeden Fall oben. Oben, oben, oben ist gut. Und, ähm... Ah, ja. Genau das. Das müssen wir machen. Hier ist dieses Doppelding, was wir vorhin unten gesehen haben. Da drüben geht's weiter. Und das... Ah, ja. Das ist auch so ein gelbes Ding. Okay, dann gucken wir mal. Was hab ich falsch gemacht? Ich hab keine Ahnung. Wo ist mein... Blut? Hier. Okay, ich finde gut, dass ich hier direkt hier oben wieder rausgekommen bin. Ich muss wahrscheinlich, ähm... Vorwärts, also W drücken. Vermutlich. Fuck! Entschuldigung, war ein bisschen laut, ne? Hä? Ja, zu blöd, hier rüber zu kommen. Komm, da nicht rüber, Leute. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss ich springen. Hä? Wieso komme ich da nicht rüber? Das ist doch völlig bescheuert jetzt. Alter. Hallo? Ach komm, leck mich. Habe ich wieder alles verloren, ne? I know, aber ich versuche trotzdem mal rüber zu kommen. Vielleicht kriege ich dann später den anderen Loot noch. Ich muss doch hier irgendwie rüber kommen. Gibt es irgendwie einen Trick? Wir müssen uns doch eigentlich nur rüberschwingen und dann müsste doch das E-Ding nochmal passieren, oder nicht? Gibt es doch nicht. Kruzifix? Ach so blöd kann doch keiner sein. Jetzt mal ehrlich. Warum kriege ich das nicht hin? Stirb halt jetzt. Verdammte Scheiße. War jetzt eh nichts drin, ne? Ich muss den anderen Loot noch wiederholen. Oh Gott, ist der andere Loot jetzt überhaupt noch da? Finde ich meinen Loot überhaupt noch wieder? Noch wieder? Oder ist der jetzt weg? Okay. Ja, keine Ahnung. Das werde ich wohl nie erfahren. Okay. Keine Chance. Keine Chance. Vielleicht muss ich ja mit dem Gleiter arbeiten. Ich hasse alles. Ich hasse einfach alles. Oh mein Gott. Jetzt scheitere ich daran, oder was? Dann komme ich nicht mehr raus. Wo bin ich? Hier. Oh. Mist, Leute. Na gut, dann werde ich mich mal in der nächsten Folge weiter ranhangeln. Und vielleicht finde ich irgendwie raus, wie man das Ding betätigt. Vielleicht bin ich auch einfach zu dusselig. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.